Das sind alle Stare, die einen riesen Krach machen. Da sieht man welche im Baum. Es sind total viele auf einmal hier. Die sind doch wunderschön. Oh, die machen einen Krach. Voll laut sind die. Wahnsinn. Wie viele das wohl sein mögen, das ist ja Wahnsinn. Seit ein paar Tagen hier. Drinnen hört man noch meine Hühner. Wahnsinn. Sehen kann man sie nicht, wenn man hört sie. Wenn man sieht, geht es nicht so gut. Oh, die Kamera. Oh, da wird gefüttert. Wie toll. Ja, man kann sehen. Krass. Die klauen hier auch mal die Hühnern und allen das Rutter. Ja. Na ja, hier ist halt jeder was zu essen. Jeder, der hier vorbeikommt, gibt hier auch was zu essen. Okay. Dann machen wir mal wieder aus. Krachmacher hier. Mein Teufchen sitzt hier ganz entspannt. Die anderen hört man ja auch. Aber hier ging es ja jetzt um die Stare. Okay. Pyka 20 Jahre 20 Jahre 21 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 22.